Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute beginnt endlich das neue Weihnachtsevent, das X-Mess-Event von Diablo 4. Und da gab es ein neues Video von Diablo direkt auf dem Diablo-Channel. Ich werde euch das Original-Video natürlich unten verlinken. Ich werde das aber hier das Ganze einmal zusammenfassen für euch, weil es gibt eine ganz coole Sache. Unter anderem wurde ein neuer Aspekt gezeigt, darauf gehen wir gleich ein. Außerdem ist ja aktuell Schlachthaus von Zier in aller Munde. Da habe ich schon ganz viele Videos zu gemacht. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr Videos von mir kommen müssen und dass sich da nichts verändert und das so ein bisschen bis zum Ende der Season ausklingt. Und ja, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, checkt mal nach anderen Videos ab. Da habe ich einiges zugesagt zum Schlachthaus von Zier. Aber darum geht es nicht. Hier geht es um Midwinter Pest. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, wo ich alles, was wir bis dahin wussten, zusammengefasst habe. Aber wie gesagt, jetzt haben wir neue Informationen. Und wir sagen, fangen wir direkt an. Hier mit dem Ersten. Ihr wisst ja, Midwinter Pest wird stattfinden in Kiobaschad. Das ist im zersplitterten Gipfel und der erste Akt, das erste Gebiet, wo ihr hinkommt, wenn ihr das Spiel startet. Das heißt, für alle neuen Spieler da draußen, wenn ihr überlegt euch gerade Diablo zu holen, ist das jetzt die beste Zeit, weil ihr direkt am Anfang ein richtig schönes Weihnachts-Event habt, wo ihr verschiedene Skins und andere Goodies bekommt. Deswegen, auf jeden Fall mal Steam ist, glaube ich, gerade im Angebot für 40 Euro ungefähr. Also checkt das auf jeden Fall ab. No Werbung an der Stelle. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Ding hier an. Dort sehen wir in Kiobaschad den kleinen Platz. Und dort können wir Fragmente, die wir finden, indem wir die Gegner besiegen, eintauschen gegen eine Währung. Und die Währung ist hier Midwinter Proof. Mit diesen Midwinter Proofs kann man verschiedene Sachen einkaufen, seinen Battle Pass, sage ich mal, erhöhen. Und kriegt dann Belohnungen, die wir hier sehen, Gold und irgendwelche Säckchen, wo verschiedene Sachen drin sein können. Und mit dieser neuen Währung, dieser Midwinter Proofs, kann man hier auch Sachen kaufen bei Gileon. Wenn ihr wissen wollt, wer Gileon ist, checkt auf jeden Fall mein altes Video auf. Darauf baut das hier auf, da werden alle Basics erklärt. Gileon ist der Bade, der uns durch die Questline führt und durch die Season, durch das Event und bei dem wir diese Sachen kaufen können. Und da sehen wir ganz interessante Sachen. Also einmal Midwinter biegen, Aegos of Thorry, das sieht mir aus wie Pferdeanhänger. Dann ein Schwert, ein Crossbow, ein Stuff, das sind natürlich alles nur Skins. Und dann wird es spannend, Shard of Dawn Offensive Aspect. Das heißt, wir kriegen mit dem Event auch einen neuen Aspekt rein. Finde ich ganz interessant, da gucken wir gleich rein, was er kann. Darunter nochmal Midwinter Spoils, da wird es wahrscheinlich verschiedene Sachen drin geben. Und da unten Gileons Brew, das ist schon einer oder der eine, das Elixier, was ich schon mal angesprochen hatte, wo es verschiedene Effekte drauf gibt. Mal gucken, ob wir da gleich noch mehr zu sehen. Shard of Dawn Offensive Aspect. Erstmal bin ich gespannt, ob es für jede Charakterklasse einen eigenen Aspekt gibt. Weil der hier, wir sehen hier oben gerade einen Rogue, wäre also ganz interessant. Vielleicht muss ich aus meinen letzten Aussagen widerlegen und sagen, dass man verschiedene Charakterklassen und verschiedene Sachen kriegen kann. Bisher hatte ich immer gedacht, mit einer Charakterklasse kann man alles bekommen. Aber sollte jede Charakterklasse einen eigenen Aspekt bekommen, dann muss man mit jeder Charakterklasse dieses Event hier spielen. Lassen wir uns da mal überraschen, wie es dann im Finale aussieht. Checkt auf jeden Fall heute Abend 19 Uhr mal Twitch ab. Da bin ich live und dann gucken wir da rein. Wenn wir uns den Aspekt hier mal ein bisschen genauer angucken, dann kriegen wir 35% Attack Speed, 20% Buffum Speed. Das Ganze für 12 Sekunden. Und während wir vom Midwinter Ward Empowered sind, reduzieren wir das Ganze um eine Sekunde, wenn wir einen Gegner killen. Also ein sehr spannender Aspekt. Ich glaube nicht, dass der komplett, also der ist weder broken noch irgendwie krass oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, obwohl wenn man den auf eine Zweihandwaffe spielt, dann gibt das 70% Attack Speed. Das kann schon ziemlich rein böllern. Da lasst uns mal überraschen, was damit auf sich hat. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob es nur für den Rogue ist und dann für jede Klasse oder ob der für alle Klassen gilt. Hier sehen wir nochmal das Alexier. Ich bin hier gerade drüber und da sieht man, dass man zwei zusätzliche Sachen bekommt. Einmal Max Life und Lucky Hit und 15% Erfahrung. Für alle da draußen, wie gesagt, die jetzt mit dem Game starten, holt euch diese Alexiere, die boost nochmal euren Levelfortschritt at Norm. Für alle Casual Gamer da draußen oder Wochenendspieler da draußen mit dem 15% schafft ihr auf jeden Fall vielleicht auch noch Level 100 in der Season. Holt euch auf jeden Fall das Alexier, wenn ihr das Event spielt. Insgesamt muss ich sagen, ich bin ziemlich gespannt, was es da für Skins gibt und wie weit dieser Battle Pass geht. Vor allen Dingen auch, wie umfangreich das ist. Wird uns das wirklich viele, viele Stunden beschäftigen? Oder ist das eher wie eine Season Questline schnell durch und schnell abgefrühstückt? Ich hoffe, ich spreche da, ich denke mal, ich spreche da für alle von euch. Wir hoffen natürlich, dass das vielleicht sogar bis Weihnachten sich zieht. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wäre ganz cool, wenn das ein Event wäre, das einen etwas länger beschäftigt. Viel mehr wurde in dem Video leider nicht gezeigt. Ich denke, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Das Ganze wird wieder um 19 Uhr heute zur deutschen Zeit an den Start gehen. Wir werden bestimmt einen Patch bekommen und dann können wir das Ganze spielen. Ich bin ganz doll gespannt, wie weit dieser Battle Pass geht und wie schwer es sein wird, diesen Battle Pass zu füllen. Vor allen Dingen, wie man am besten diese jeweiligen Proofs, diese neue Währung sammelt. Beziehungsweise wie lange das dann dauert, um den Battle Pass komplett durchzubekommen. Ich will mir da auf jeden Fall dieses Mal Zeit lassen, weil das ist das letzte Event für dieses Jahr. Das nächste Event, das stattfindet, ist Season 3 und das ist erst Ende Januar. Deswegen ein Appell an euch alle. Leute, ballert das jetzt nicht am ersten Abend durch. Macht das ganz gemütlich, ganz entspannt mit euren Charactern und vielleicht in der Gruppe. Macht euch dann ganz entspannt und das werdet ihr auf jeden Fall alles durchbekommen bis zum Ende der Season. Das Event läuft bis zum Ende der Season. Also ihr habt alle Zeit der Welt, um das Event zu spielen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass in Zukunft mehr solche Events kommen. Also Oster-Event. Schade, dass zu Halloween nichts kam, auch wenn Season 2 ja relativ gut ins Halloween-Thema passt. Ostern, Valentinstag, was da nicht alles für Events gibt es in der Zukunft. Schreibt mal gerne in die Kommentare, werdet ihr das Event spielen. Ich finde es ganz cool, dass jetzt nach 6 Wochen, jetzt nochmal 6 Wochen lang ein Event kommt. Würde mich sehr über ein Follower auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.